Nur auf Ende des... Du Bumm! Okay, ich folge dem Gestrüpp Bitte? Ich folge dem Gestrüpp Das war auch fertig! Andere Leute! Frems! Hm... Jetzt hat man sowieso nicht mehr Schade, du hast es gerne vor euch gesehen Das schaffen wir sowieso nur auf zwei Deck gewesen Da kam wo der jetzt an Oh man, ich saß da eine Ecke Wer für eine Rauchgranate ging eine Stange von der Schaukel direkt wieder auf mich drunter und lag unter mir als sie hochgegangen ist so... Huf! Und ich saß in dieser Rauchwolke drin Hi! Ach man... So war das nicht geplant Buh! Folgt dem laufenden Baum Mann, wie ein Baum alter Oh ne Was machst du da, Mann? Was er kommt? Woll ich mal ein bisschen Woll! Woll! Ich weiß, dass der da kommt und ich dann einfach für kacke zeig ich mir die Hubscam Einer muss ich denn machen Und zerrettet dich schon mal Boah Da ist einer! Hehehehe Die ist die ist die Morgen Hm Ich weiß, was alles im Blick, ne? Ich weiß, was alles im Blick, ne? Ah Ja, was ist das? Das ist das? Ah! Ich werde mich bei der kleine Stelle rummachen. was ist das? 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 wenn jemand zur Bombe wollte ich hab's dir raucht, dann hat er gefragt kack da ich ging irgendwo hin, wo sie nicht so bitte willst du mal die Bombe nehmen oder was? warte, nein kannst du ruhig okay dann nicht hm 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 ooooh uaav online hab so richtig ein bisschen Spaß und dort guckst du Mann ist der nicht tot er hat ja gerade eine Granate geworfen naja ich sehe auf der Map Punkt Willow ja und da hab ich ja gesagt tot nichts passiert wo ist er hin? die Punkte gingen immer näher zusammen aber es ist nichts passiert ja alter ohne Witz ey schön das da war eine Granate komm Lilo komm Lilo kommt eigentlich da dieses da oben brennt nicht auf einen Punkt fixieren ich wollte das nicht immer auf einen Punkt fixieren umgebung checken mit der Uzi guck da jetzt ist er auf dem Fenster rauwein so komm jetzt von rauwein von 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 Woh! Woh, woh, woh! Woh, woh, woh! Explosive decoy on the way! Oh, woh, woh! Woh, woh! Woh, woh! 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 Hm! Dat is hier! Dat is mooi! Woh! 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 MARC! Hardcore, Search at this, Drive. Die Map-Weib kriegen wir jetzt hier, Alter. Oh mein Gott, das ist die Map-Alive. Ja, das ist richtig. Ja. Hier, wo macht es da? Ja, ja, irgendwo. Wir müssen noch von Dust. Wo macht's clear? Das war ich. Obvious, Lieb. Hab Neues, okay. Ach, kameraufhängig. In so einem Rondell-Ding. Was sind das denn? Irgendwo in so einem Rundell-Ding. Oh ja. Ich guck, wenn er gerade dieses Ding an guckt, da oben steht der Spacko vor mir. Ja, ich guck mir das Ding an, ob er vor mir ist. Was soll denn das? Ja, was denn ist? Oh, ein Loch! Ja, was denn ist? Oh, ein Loch! Ich will einfach so ein Loch sein. Ja, ne? Ja, ich guck mir das Ding an. Da! Da! Okay. Obvious ist der da, hallo? Ist doch ganz sonnenklaaar. Ich guck mir das Ding an. Da! Ich guck mir das Ding an. Ist halt auf? Stream! Was kannst du jetzt so live im Internet gerade sehen? Doch! Ja! 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 hallo 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 Ach du hast die Film-Sange geblieben. Ja, also ich will Bilder pro Sekunde. Was ist das Schöne? Na ja, da fahren wir mit der Zeit. Herrlich. Jetzt sind los. Mwahaha, ich habe den Hube getötet. Ich bin der Chicken Destructor. Wenn ich auf den Map irgendwelche Ansagen machen könnte, würde ich sie tun. Ja. Ja. Oh, man, ich guck gerade weg. Weiß ich guck da hin. Guck da hin. Guck mal Marcel. Alter. Alter. Oh, Mann. Oh, Mann. Wie sind wir schlechter. Du? 0-3-0-3, weißt du? Kriegier dich auf den Sack gerade einfach nur. Nein. Wir doch. Ach. Okay. Wann? Auf immer, ja. Alter. Äh. 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 Alter. Ja, what the fuck, Alter. Monster. Ja. Komm mal nicht auf die Map. Ich hab old plant, von wo das geschossen hat. Eindeutig. Wir kommen auf die Map, das war nicht klar. Äh. Super. Gut. 0-4-0-4, Alter, Alter. Aim-Bot betrieben, Alter. Gut. Ich bin schon über 15, oder? Da. Papier in dein Gesicht. Was? Was? Ich hab mal den Kühlschrank gelegt. Vier Stücke. Ja. Cool. 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 Oh, ich spiel mit Willow zusammen. Irgendwas, was? Was? Willow, bitte keine Granate am Spawn werfen, ne? Ah, die Map, die kenn ich auch. Eine Map, die ich kenn. Ich denk immer auf Q und E zur Seite lehnen, aber... Ja. Ja, ich hab dann auf... Ich will immer Alt drücken, um nach rechts zu lehnen. Zum Beispiel. Wie in... Black Ops. Granada! Genau, wo geht. Wie ist das? Nee. Ja, ich war einfach zu sneaky, Mann. Was ist denn? Ich war einfach zu sneaky. Ich war einfach zu sneaky. Wie sieht's, ne? Das ist einfach der Oberhammer. Nein! Der ist gerade, der hält die fest. Ja, das sieht sich da ab, Mann. Nein, ich dachte mir so, Moment, durch das Fenster habe ich irgendwas gesehen. Ja, ich habe dich auch gesehen. Da war doch irgendwas. Ja, dann soll das so aus. Boah, mittlerweile wissen wir doch. Das ist wirklich Hardcore. Das ist Hardcore, wie es ist. Kommen wir hier hin. Jetzt sind wir auch hier. Hm, hier geht es ja nicht so weiter. Nein. Aber trotzdem irgendwie nice, ja. Wie soll ich den Gangmen gefangen haben? Ja, 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 ist klar. Wie ist klar. Zufallsmensibel. Der Zufallsbobby hat zugeschwangen. Der Zufallsbobby. Ah, ich habe einen Neucock gesehen. Wo ist denn der Motorrad? Der Zufall. So. Der ist da ja in dem Gang drin. Ach, in dem Haus. Alter, ich lege, weißt du? Ich lege und sie sehen da hocken. Denken wir so, okay ich lebe noch. Ich lebe immer noch. Ich lebe immer noch. Wir explodieren zufällig. Ja ja, so random. Irgendwann mal. Das ist wie so ein Event von der Map, ja. Da haut die Nate auf den Auto drauf und wundert sich, worum das Schrott da geht, ja. Ja, so geht's, ne? Kommen die auf einmal beide um die Ecke, Alter. Mal gucken die an. Ich weiß ja nicht, wo der auf einmal herkam. Ich bin da rumgelaufen, aber wo war der vor mir? Hm. So war das bestimmt. So war das. So, nicht anders. Ja. Natürlich war das so. Nope. Ja, sicherlich. Wo war der Versuch? Schnippt er mich weg in Richtung B unterwegs. Mehr kann ich dir nicht sagen. Äh. Da macht er mal Krach irgendwo. Entschuldigung. Ja, komm mal. Mach doch mal B. Komm mal. Das war der Dewey. Ekelhaft! Mh, Dewey, du. Jawohl! Zum zweiten Mal. Oder er ist einer. Wohll. Granate werfen. Er hat seinen ULV, Counter, ULV alles noch, oder? Ich hab's nicht eingesetzt. So. Päusken? Jo. Ja. Päusken! Dann irgendwie Strategie weg war ich wegen was. So kam Strasserie? Er sagt, ich hab noch... Zitlerz 2 und 0, 1. Zitlerz 2.